Hallo und herzlich willkommen, ihr kritisch Denkenden da draußen. Heute ist der 1. März und ab heute gibt es wieder mehr Geld. Ihr denkt vielleicht für euch, aber so wird es leider nichts. Es ist nicht für euch, es ist für die Bundesregierung. Für nichts hat der Staat noch Geld, für fast nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass Millionen Deutsche das Gefühl haben, dass alle bald pleite sind und das ganze Land gleich mit. Wir haben kein Geld mehr. Irgendwie scheint für wirklich nichts mehr Geld da zu sein. Für die Bar nicht, fürs Militär nicht, für unsere Schulen nicht und für Pflege, Krankenhäuser sowieso nichts oder auch für bessere Renten. Aber ab heute gibt es einen schönen Geldsegen für unsere Politiker. So viel kriegen unsere Regierenden mehr. Geldregen für Kanzler und Minister. So viel kriegt unsere Regierung mehr. Geldregen für Kanzler und Minister. Von Dirk Hören. Sattes Plus bei Gehältern und Pensionen. Das gibt es ab 1. März nicht nur bei den Beamten, sondern auch bei den Mitgliedern der Ampelregierung und beim Bundespräsidenten. So steigen jetzt die Amtsgehälter. Bundespräsident, das Amtsgehalt von Frank-Weiter Steinmeier, 68, einschließlich Stellenzulage, steigt von derzeit 21.625 Euro im Monat brutto auf 23.003 Euro. Ein Plus von 1378 im Monat, 6,37 Prozent. Für so einen wierlichen Mensch, ey. Mann, 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 Mann. Bundeskanzler. Das Amtsgehalt von Kanzler Olaf Scholz, 65, SPD, samt Ortszuschlag und Stellenzulage erhöht sich von derzeit 20.702 Euro auf 22.083 Euro. Erhöhung um 1.381 Euro, 6,67 Prozent. Minister? Ein verheirateter Minister ohne Kinder hatte bisher ein Amtsgehalt inklusive Zulagen von 16.816 Euro. Ab März sind es 17.990 Euro und damit 1.174 Euro mehr, plus 6,98 Prozent. Ja, das sind erstmal so die Zahlen gewesen. Findet ihr das fair? Haben die sich das verdient, dass die von unseren Steuergeldern sie jetzt noch mehr Geld kriegen, obwohl die schon eh alles gestellt kriegen und in ihren Arsch gesteckt bekommen? Ich finde es nicht fair. Und ich habe das letzte Mal gelesen, da ging es um die Baerbock. Ich glaube, die Baerbock hat ohne abgeschlossenes Studium, ohne eine Ausbildung, hat sie 25.000 Euro. Da will ich gar nicht wissen, was der Bundeskanzler würdig hat. Letztes Jahr ging es auch darum, nach dem Karlsruher Urteil, dass ein Milliardenloch gestoppt werden musste. Das nächste Milliardenloch kommt auf uns zu. Der Bundeshaushalt 2025 wird laut dem Finanzministerium eine Milliardenlücke aufweisen. Eine Sprecherin geht von einem Handlungsbedarf im unteren zweistelligen Milliardenbereich aus. Nach einem einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mussten bereits im Haushalt 2024 Milliardenlöcher gestoppt werden. In der Bundesregierung drohen wegen Milliardenlücken harte Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2025. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte am Freitag in Berlin mit Blick auf die Finanzplanung, es ergebe sich für 2025 ein Handlungsbedarf von rund 5 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Belastungen, sodass wir aktuell von einem Handlungsbedarf im unteren zweistelligen Milliardenbereich ausgehen. Und jetzt, man muss sich vorstellen, das Jahr ist jetzt gerade erstmal begonnen. Es kommt also noch genügend auf uns zu. Und schon jetzt müssen 13 Milliarden irgendwie herangeschafft werden, wo man nicht weiß, woher. Aber hey, Hauptsache erstmal eine Erhöhung für unsere tolle Regierung. Aber es geht noch weiter, ich habe was entdeckt. Es ist ein wunderschönes Video. Da geht es um so lockere 500, 600, na? Ja, 500, 600 Milliarden Euro, die sie haben wollen. Mich berührt am meisten, wenn ich bei den Industriestandorten bin, wenn die Belegschaften, häufig die Gewerkschaften, sagen, schafft uns Zukunft. Die sagen nicht, geh mir weg vom Hof, sondern die sagen, bring mir die Zukunft her, wir wollen die Veränderung gestalten. Es geht um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und für die Wettbewerbsfähigkeit müssen wir hart arbeiten, aber auch investieren. Ja, am besten gleich Neuwahlen, weil ich glaube nicht, dass ihr die Richtigen dafür seid. Könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr das meint. Ich glaube nicht an die. Wir brauchen beherzte Investitionen in Richtung mehr Klimaschutz, Klimaneutralität und Digitalisierung. Investitionen von 500 bis 600 Milliarden Euro. Warum fordere ich das als Fortschritt? Schnäppchen, 500 bis 600 Milliarden Euro. Ist das euer Ernst? Für den gesamten Bundeshaushalt 2024 stehen 447 Milliarden an. Was wollt ihr denn mit 500, 600 Milliarden machen? Die sind komplett größenwahnsinnig geworden. Vorsitzende der IG Metall. Es geht um unsere industrielle Wertschöpfung, es geht um unseren Wohlstand, es geht um eine starke Demokratie. Und das Ganze bedeutet dann auch eine Sicherheit und Zuversicht für die Zukunft unserer Beschäftigten. Die Frage ist doch, wollen die das wirklich oder geht es nur hier rum für den eigenen Geldbeutel? 500 bis 600 Milliarden. Also das ist doch kompletter Schwachsinn. Aufbruch und ein Land, das einfach funktioniert. Wir laden Länder und Kommunen ein, gemeinsam mit uns die Schuldenbremse zu modernisieren, um die Spielräume im Bundeshaushalt zu schaffen. Die Nähme im Bundeshaushalt zu schaffen. Ey, guck mal, wenn ich das stoppe, dann habe ich hier so eine Scheiße hier drin. Ich will das nicht. Die hat was hier in der Nase drin, was ist das? Wie soll ich dir denn glauben? Die notwendig sind, um entschlossen, gemeinsam voranzugehen, Investitionen zu stärken für die Zukunft unseres Landes. Uns geht es ums Ganze. Ja, ganz klasse. Uns auch. Germany first. Aber das Ganze war es ja noch nicht. Denn ab heute kriegen die ganzen Leute ja mehr Geld im Bundestag. Auch Beamte. Es gibt ja Personen, dagegen habe ich nichts, wenn die jetzt mehr verdienen. Aber die Leute, die jetzt da drin sitzen, weiß ich nicht, ob die das für so verdient haben. Meine Meinung ist absolut nicht. Nun gut. Dennoch kommt die größte Diätenerhöhung seit 30 Jahren. Was ist da schon wieder los? Die 735 Bundestagsabgeordneten winkt die stärkste Erhöhung ihrer Diäten seit knapp 30 Jahren. Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung steigt ab dem 1. Juli um 6%. Die kriegen nochmal eine Erhöhung. Das gibt es doch gar nicht. Also ich glaube, das könnte man auch umgehen. Und man könnte auch wirklich, wenn es dem Land so schlecht geht, könnte man sagen, ey komm, das lassen wir lieber sein. Aber doch nicht bei unserer Bundesregierung. Natürlich nicht. Über die Erhöhung muss der Bundestag nicht mehr gesondert abstimmen. Zu Beginn der Legislaturperiode wurde eine automatische jährliche Anpassung der Diäten entsprechend der Daten- und Statistikamtes beschlossen. Sie tritt in Kraft, wenn die Bundespräsidentin Bärbels Pass 55 die nächsten Wochen einer entsprechenden Drucksache veröffentlicht. Ja, warum auch nicht? Dann haben die dieses Jahr nochmal richtig gut abgesahnt, ne? Außerdem steigen die Pensionsansprüche der Abgeordneten. Denn die richten sich nach der aktuellen Diäten. Also sie erhalten künftig pro Monatsjahr 280 Euro Pension mehr. Nach einer Legislaturperiode von 4 Jahren wären das 1.122,72 Euro. Dafür müsste ein Durchschnittsverdiener 30 Jahre arbeiten. Und die kriegen das ganz locker nach 4 Jahren. Geil. Das läuft verkehrt in diesem Land. Schreibt es in die Kommentare rein. Gönnt ihr den Abgeordneten das oder gönnt ihr es denen nicht? Wann habt ihr das letzte Mal im Jahr zweimal eine Erhöhung bekommen? Und dennoch so eine gravierende? Und verdient ihr auch in 4 Jahren eure Rente zusammen von 1.122,72 Euro? Oder seid ihr diejenigen, die auch 30 Jahre dafür brauchen? Naja, das war's. Lasst ein Like, ein Abo da. Arm ist Deutschland oder eher arme Bevölkerung. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Beding просто. Das war's. Das war's. Die Linz aus.